Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3. Ah, scheiße. Ah, dieser Idiot will als Erster gehen. Aber er hat so viele Sachen. Kasse 3, bitte. Möchten Sie vorgehen? Ach so, also. Ich habe nur meine zwei Dinge. Ja, bitte sehr. Oh, danke. Kasse 3. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.